Außen schnell anfangen. Ich gehe in das rechte Haus, das große. Ja. Schon wieder keine Waffen. Aber Munition liegt rum, überall. Ich habe auch keine, aber ein Rotpunkt-Visier gefunden. Sogar noch eins. Okay, die Domegang. Schalldämpfer. Oh, ah ja. Ne, ein B. Ja, ich habe eine N416. Und die Uzi. Ja, hier liegt auch noch eine Uzi. Jetzt sind die Waffen hier und keine Leute. Ich glaube, ich werde mit der Vector spielen. Ich habe Charlie, Magazinerweiterung. Ja, warum nicht? Da ist noch eine UMP. Ah, hier liegt auch eine. Ja, ich spiele mit der Ding. Vector. Die Uzi liegt hier, falls ihr braucht noch. Uzi habe ich schon. Noch eine UMP. Hier ist auch eine Vector. Und Vector Muni. Der Muni habe ich 200. Mit dem Puschen, das sind Schüsse. Hier liegt noch ein Zweier-Rucksack. Zweier-Rucksack habe ich. Okay. Und zweier-Reste habe ich jetzt. Ich habe Magazinerweiterung, falls du brauchst für Vector. Ne, Vector habe ich nicht. Ich habe jetzt die Uzi dabei. Okay. Aber ich... Was ist das? Die K. Hm. Zweier-Helm. Einzel-Helm habe ich. Hier liegt der Zweier. Hier ist noch eine Zweier-Reste. Habe ich schon. Weste habe ich. Okay. Ein Rettort bis hier. Habe ich? Habe ich? Kannst du von mir haben? Was ist denn da, wo die Garage ist schon? Oben, ja. Also draußen. Hier, hier. Nein, da noch nicht, nein. Okay. Ach, der Doppelläufige Schottgang. Aber hier ist nichts mehr in dem Haus. Außer Muni halt noch. Nektar-Muni und so. Die dritte UMP liegt hier. Vorhin haben wir gar keine gehabt, gell? Ja. Schau wieder Uzi. Nehmen wir mal die Muni mit. Okay. Schottgang haben wir weg. Okay, ich bin da soweit. Beim gelben Haus war ich schon. Beim gelben warst du schon. Und dann in der kleinen? Außen. Draußen war ich noch nicht. Beim Zaun draußen. Gehst du links, ich gehe rechts. Okay. Dann sind wir hier fertig wahrscheinlich, oder? Wir könnten dann... Ja, wir müssen dann sowieso in diese Richtung. Ja, genau. Mach mal. Ich habe ja gestern... Ich habe ja... Da hat er die... Schlecht. Die ABM war drinnen. Die Groza. Okay. Und diese M2... M24-9. Okay. Diese mit 100 Schuss, diese Maschinen. Ich glaube, ich hole mir jetzt doch die K. Ich habe nämlich einen 8-fach Scope gefunden. Oder? Ach nee, lass es kommen. Lauf mal rüber, oder? Ja. Brauchst du einen Scope? Warte, hier. Hier. Hier, Rotpunkt. Oh, super. Danke. Warte, Pistel, haue ich weg. Okay, sehen du, ich da nichts? Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich habe da auch keinen Abspringen sehen in der Richtung. Nee, ich eigentlich auch nicht. Bei Puschen, wie gesagt. Da habe ich auch Schüsse gehört. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass beide tot sind. Dass nur noch ein Team übrig ist. Ja. Ich habe wieder um. Ich bin bei mir nicht, wenn du es findest. Ich habe 30 Schuss. Kann ich dir abgeben? Ja, habe ich auch. Ich habe keine Waffe dafür. Ach so, okay. Was ist? Hier, schau. Danke. Weg der Muni. Weg der Muni habe ich genug. Okay, der ist komplett ausgerüstet. Weg, oder? Ja. Sie ist nicht schlecht, aber im Duo, keine Ahnung. Könnte sie mir zum Verhängnis werden. Im Solo-Modus geht es ja. Da ist halt doch nur ein Spieler. Hier ist ein Vierfach-Scope, nehme ich dir mit? Oh, sehr gut. Und noch ein Zweier-Rucksack. Rucksack habe ich schon. Ach, und eine AKM. Soll ich die AKM mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Nimmst du die AKM nicht mit? Nein. Dann nehme ich sie mit. Hier liegt die Magazinerweiterung. Von der Um. Ja, hier. Munition, 180 Schuss. Ich habe dir da das Visier hingelegt. Hier. Ah, okay. Gar nicht mehr sehen. Ich hole mir die AKM. Okay. Munition, damit. Okay. Ich halte mal Ausschau hier. AKM. Wo liegt der AKM? Im Haus. Hinten, in dem anderen Raum. Ah, sehr versteckt. Okay. Aber der hat auch nur 60 Schuss dabei. Ja, nee. Ich habe 130. Alles zusammen. Das passt schon. Okay. Okay. Brauchst du Heilung? Ich habe jetzt zwei Sanitätstaschen, vier Koffer und drei Schmerzmittel. Ich habe eine Sanitätstasche und ein Schmerzmittel und zwei Energydrinks. Das passt. Ja, dann sollten wir weiter in die Zone. Ja. Bevor wir Schaden bekommen. Ja. Ist hier ein Auto? Nein. Wenn du so laust, musst du immer so springen und nach hinten schauen. Okay. Kannst du viel besser spotten. Okay. So hinter dir halt zumindest. Ja. 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 Brauchst du ja nicht immer stehen bleiben. Keine Spieler. Bis denn? Da vorne. Jetzt. Bis zur Schule. Dann geht die Action los. Ja. Das stimmt. Da die Türen offen. Ja, ich schau gerade. Aber wir können hier noch looten. Ja. So durchlaufen halt. Scheint süß zu sein. Hauptfahner liegt hier. Schnellwöchselmagazin. Wie liegt... Oh, was liegt hier? Noch ein Vierfachscope. Ich nehme es mal mit. Schmeiß dich unterwegs weg. Toll, vorhin haben wir überhaupt nichts gefunden, ne? Ja, und jetzt auf einmal sind die ganzen... Oh, schießt er? Ja, vor uns irgendwo. Die Zone kommt. Oder in der Stadt unten. Ja, bei 300 wo. Nein. Siehst du was? Nein, gar nichts. Aber hinter uns kommt ja auch nichts, oder? Ich glaube nicht. Nein, wir sind zumindest in der Zone. Oder die waren da vorne, da bei Richtung Westen in der kleinen... Ja, da sind da bei Türen zu. Also das heißt ja nichts. Ich glaube, das war bei der Tankstelle wo. Ja, ich sehe einen Spieler. Einen Spieler. Wo? Zwei Spieler, äh, 300. Einen Spieler, äh, 300. Die laufen Richtung Stadt. Die laufen Richtung Stadt. Ich markier, ähm, hier diese Häuser. Hier diese Häuser. Gelbe Markierung. Ja, okay. Okay. Die laufen Richtung Wasser. Okay, mal hinten. Ja, wir gehen in die Zone, oder? Ja. Das waren wahrscheinlich die, die vorhin geschossen haben. Ja, 100%ig. Ja. Ja. aber jetzt müssen wir hier da durch oder? kann das sein? hier sind die türen noch zu müssen wir durchlaufen ja laufen wir durch oder? ja ist doch auch schon wurscht hier ist die tür offen ja vielleicht waren die zwei hier ja kann ich mir durchaus vorstellen dann ist da im wald jemand also die zwei müssen entweder sind sie im wald da oben oder sie sind weiter rein hier ist der moped wir sind ja eh gleich da da ist ein moped auch die müssten irgendwo rechtswetter sein ja schüsse wir sind vor uns irgendwo ja ich sehe einen bei der mauer vor uns läuft einer bei der mauer entlang ah ja ich sehe ihn wir könnten die überraschen die holen wir uns sowieso in der zone das passt schon so schauen wir mal auf die killcam jetzt ob jemand stirbt bei denen ja bis jetzt noch nicht oder? bis jetzt habe ich noch keinen sterben gesehen jetzt ist einer ausgenockt jetzt ist einer gestorben jetzt sind die drinnen oder draußen? bei dem roten haus war einer einer ist oben auf dem dach ja warte er ist auf dem dach er hat dich gesehen glaube ich ja mit macker sind wir noch auf dem dach? ja er muss auch sein ich sehe ihn nicht ich weiß nicht ob die wissen ob ich auch da bin die haben nur dich gesehen glaube ich gell? ich glaube ja ich gehe hier rauf der eine ist im haus wo die garage ist ich bin hier oben, du siehst das ja ja ich sehe den einen, warte, Auto kommt fährt aber weg fährt weiter der andere ist runter gehüpft der andere ist runter gehüpft zwei hitmarker der eine hat dich hingelegt wo? im haus alles da schießt jemand doch nicht schießt jemand doch nicht ja auch vom haus oder? ich weiß nicht die sind in der garage drin ja die sind in der garage drin die sind in der garage drin, ja alle beide ach dieser ziegel blockiert wieder alles warte ich schleife mich, ach ich habe keine granatische ach ich sehe einen wo? äh der ist jetzt hier außen der läuft jetzt in die garage rein ok hey dieses dach blockiert alles ich werde verstoßen ja von hinten auf der anderen Seite geh in Deckung ich muss mich heilen bleib irgendwo in Deckung oh der hat die mini fitze der ist raus ausgelockt aber ich bin fast tot ich muss weg schießt du? ne der andere schießt auf mich wo ist er? oh ich bin fast tot oh jetzt hat mich einer von hinten mit der AKM ja ah der hat mich erschossen ach da ist noch einer gewesen ich habe den einen ausgenockt echt der eine ist tot er ist tot scheiße ich habe auch jetzt einen kill bekommen genau der der mit der AKM ich glaube das war der mit dem Glacier der hat dich geschossen laut ich höre nichts ja die Motorgeräusche ist nicht so laut warte mal kurz ich muss jetzt hm ach scheiße warte mal kurz ich muss die Waffe wechseln der M4 ich habe die M4 14 und die Mini 14 gehabt ne habe ich schon ich habe jetzt die M4 ja 8fach Scope habe ich auch ok ok hä das Auto das ich sehe sie ich sehe sie äh der ist oben auf dem Berg gewesen ne ja alles genug da oben da oben wer kommt hey diese Mauern ich sag's dir du musst immer echt einen Meter weg bleiben haha ey wenn die wenn die Säcke nicht gewesen wären scheiße echt das waren die mit dem Tatscher das waren die mit dem Tatscher mhm oh der 8fach ja bestimmt das von mir alles ah das ist von dir ok Schalldenkfahrer SR warte mal hat der eine Mini 14 wie habe ich gehabt wo ist dein Koffer hier am Eck da hinten da weg ja der wollte dich gerade looten mhm 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 Rene ich komme gleich ok ok ich bin hier vor konzentriert oh Helm ist weg komisch ich habe mich immer doppelt S SR SR noch einmal SR Oh Lobo, du hast ein Mikrofon oder so Irgendwo Es brummt sich da immer auf einmal So, da bin ich wieder Viel besser Du hast nur ein Headset Das hat so gepumpt auf einmal Achso, ok, warum eigentlich, keine Ahnung Extrem laut Komisch ja Ok, ich bin jetzt hier Ja, natürlich nichts Zone, ah, Zone ist gar nicht so weit weg Nee Ich bin noch 19 Äh, 18 Ja, alleine macht es ja auch nicht Spaß Ja, tut mir leid Ich schau, dass ich sterbe dann Mach mal eine neue Runde Na Ja, ich gewinnst ja Ich geh jetzt ins All-In Wie man sagt, All-Out All-In ja Vielleicht gewinnst du ja Ich denke mal nicht Ein Duo ist schwer, alleine Ist zwar möglich, aber die Chance ist halt halb so groß Ja, du musst halt nur ein bisschen Glück haben Was die Zone angeht Was die Zone angeht und die Posi Ich will hier aufs Dach Auf dieses Haus Auf dieses Haus Ja Hier liegt ein Toter Ja, zwei, da auch, links um die Ecke Hab ich gesehen, ja Er schießt einen auf dich Von der anderen Seite Ja Ja Er hat die Mini 14 Weißt du wo ungefähr Wo ungefähr Nee Auch hier war kein Red Bull Von wo hat der auf dich geschaut Schau mal beim Berg vielleicht Er schießt wieder auf dich Da unten Da unten Ich bleib unten am Fenster Ja, ich hab ihn gesehen, ja Ja, ich hab ihn gesehen, ja Headmarker Du dich heilen Der muss rein Nee, er ist drin Ja, der ist drin Kann das sein, dass... Rechts von dir auch Ja Ich weiß nicht, ob der alleine ist Ich weiß es nicht Das sehe ich ja nichts Da ist er Da ist er Geht Macker Ja Aber rechts von dir, pass auf da Irgendwie in der Richtung hab ich auch Schüsse gehört Aber Gerhardfeuer, ja Der geht bestimmt hinten raus Da ist er am Fenster Wer ist da an der Ecke? Ja 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 Ich Ich glaube ich hab Stipps gehört Ich weiß nicht, ob der alleine ist oder zu zweit Er lenkt ab, weißt du Und der andere will pushen Wo ist er jetzt? Immer noch im Fenster Oben auf dem Dach Auf dem Dach Auf dem Dach um Headmarker Ja, ich hau ab Ja, ich hau ab Ja, ja, geh weg Er muss auch raus Ja Siehst du wohl was? Und du so Nee, noch nicht Nee, ich meine so, wenn ich so schau Weil es gab ja mal einen Pack Ja, ja, ich hab ja mal einen Pack Ja, ja, nee, nee Theoretisch hättest du Zeit auf den zu warten Nein, er ist runterwuppt Wir haben gesehen, ja Ja, läuft er, rechts Hä? Hast du erst gesehen, wie ich Ja Ja Jetzt musst du rein Oh der, pass auf, der wird Ich treffe nicht Ich treffe nicht Ich treffe nicht Ich treffe nicht Ich hab keine Luft Auf jeden Fall der, der auf dich geschossen hat, ist tot. Ich wechsle mal das Visier. Wer ist dahinter? Er hat Vorteile. Wenn er weiß, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Dahinten läuft einer. Zwei. Genau, er ist süden, ja. Die sind dahinter, ist hinter dem Hügel. Ja, der wird zum Verhängnis, der da vorne. Wenn ich laufe, kann er schießen. Ja, aber du musst. Was willst du machen? Dann schaffst du es nicht. Vielleicht ist er aber auch schon weitergelaufen, da unten drin. Nee. Ich glaube nicht. Ist da rechts jemand? Oben auf dem... Da vor dir muss auch irgendwo einer sein, oder? Hörst du die Schüsse? Ja, ich hörs schon, ja. Ja, links von hier. Nein, hier ist ein Bursch. Entschuldigung. Ich dachte jetzt, das wäre der eine. Aber da würde ich nicht hingehen, da hinten sind da... Und über dir! Über dir! Da ist der... Hier muss einer sein! Pass auf! Oder unten beim Baum! Oh, ich muss rein! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Oh, von mir! Von mir! Das ist der gewesen, glaube ich. Ich sehe ihn nicht! Dort! Jetzt ist nur noch zwei! Die können ja nicht so weit weg sein jetzt! Einen habe ich ja ausgenockt! Die müssen ja da irgendwo da sein! Fuck! Achtung vor dir! Vom Baum! Rechts! Nimm das Vierfach! Nimm das Vierfach! Oder das Rotpunkt! Nimm das Rotpunkt-Visier! Warte, warte! Ich sehe ihn nicht! Start! Stopp! Rück vom Vier! Nee, ich sehe ihn! Ich morte gleichaut! Der Garage liegt! Link's bei dir! Link's der Baum! Links! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Achtung! Granate! Jawohl! Was habe ich gesagt, du gewinnst? Schick ihn dir nach. Der hat sich selber mit der Granate fast hingelegt. Weil du hast genau in dem Moment auf ihn geschossen, wo er werfen wollte und dann den anderen gegen den Ballen geschmissen hat. Was habe ich gesagt, dass du gewinnst? Na ja, das war nur Glück. Ja, aber das gehört bei dem Spiel auch mit der